Hallo und herzlich willkommen zurück bei O-Watch. Ich bin der Grafiker, aber ich begrüße euch recht herzlich bei einer weiteren Folge in der Rangliste, wo wir drei Damage-Dealer haben. Alles klar! Und kein Heal. Ja, fängt schon gut an. Super. Ja, ich entschuldige mich gleich. Die heutige Aufnahmesession, wo ich zwei, drei Folgen aufnehmen werde, werden vielleicht ein bisschen ruhiger. Ich schaue auch, glaube ich, ein bisschen fertig aus. Also fertiger als sonst. Liegt daran, dass ich von Samstag auf Sonntag, heute ist Sonntag, der 15.07., nur viereinhalb Stunden geschlafen habe, weil ich von meinem Nachbar über mir, oder zwei Stöcke über mir, keine Ahnung, aufgewacht bin durch irgendeinen Streit, der jetzt schon das dritte oder vierte Mal, seit ich hier lebe, passiert ist. Ich weiß es nicht. Es geht mir nur noch auf die Nerven. Es passiert vielleicht einmal im Monat, aber ja. Er ist so laut. Man hört immer nur die Frau. Vielleicht redet die auch mit sich selbst, keine Ahnung. Heute habe ich mal ein bisschen was gehört. Normalerweise höre ich immer nur so Schreierei, aber ich kann es weder orten noch irgendwie rausfinden, was gesagt wird. Heute habe ich auch alles ein bisschen geschafft. Ich wusste, dass sie über mir ist. Ich wusste, dass sie da immer wieder ihren Mann oder so beschuldigt und ja. Aber der ist irgendwie ruhig. Entweder sie hat gar keinen und sie redet mit sich selber und scheidet mit sich selber oder der Mann ist zu betrunken oder was auch immer. Es war auf jeden Fall um 16.00 Uhr ging es los und um 22.00 Uhr bin ich schlafen gegangen. Ähm, ja. Naja. Und war nicht das erste Mal, dass sie mich aufweckt. Durch diese Art von Kommunikation. Okay. Oh, es geht auf. Ui. Es ist so schön. Es ist so wunderschön. Ich kann nicht durch, aber die Gegenstände schon. Irgendjemand wird auf der Erde gerade getroffen. Lol. Das geht? Hä? Was? Wie? Warum? Hä? Das wusste ich nicht, dass es geht. Okay. Yeah. Danke schön, McCree. Hello. Okay. Hello. Shit in hell. Genji, let's go. Okay. Ja. Die sind jetzt unten wenigstens. Also, ja. Naja. Ich wüsste nicht, dass ich tun soll mit der Folge. Dass man das tusten kann, das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Interessant. Das war unnötig. Warum haben wir eigentlich so viele Healer? Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Nee. Und ich habe auch noch Kopfschmerzen noch dazu übrigens. Also bitte mitleid in die Kommentare. Ah, was für ein Tag, Alter. Don't use me. Oh. Danke. Also man hört die Turrets, wenn sie platziert werden. Sorry, geh rechts, ich kann dich hören. Komm rechts, komm rechts. Okay. Okay. War auch nicht mehr viel. Also, äh, ja, 50%, aber sie gehen ja zwei Werte schnell. Okay, dann nicht. Toll. Nein! Mann! Wieso? Mann! Wir hatten, wir hatten nur drei Heads. Wir haben zwei Heads und mit Schafel das trotzdem. Naja. Schafel ist einfach nicht zu rein. Ich schütze euch. Oh, doch nicht. Okay, guys. Come back. Und spawn. Oh. Was ist denn bei ihm? Ist er nur Akan oder was? Sorry, McCree. Ja, wir haben auch einen. Wir haben auch einen. Wir haben auch einen. Mann! Ich bin mir nervt. Okay, da ja. Okay, da ja. Oh. Okay, da ja. Okay. 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 Oh. Oh. Ryan slept. Spitzonix. Genji, can you switch now, please? You know, Genji, switch. Machina, 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 machina ok ok nice hoop, geest du zool ok, jetzt können wir gehen man, heal ich bin so am schaden, cool was heißt schon was? Oh, ich habe schon so einen Hunger, da ich auch schon seit mehreren Stunden hoff bin und ja, ich mache nebenbei noch etwas zu essen und ich rieche es jetzt schon und es dauert aber noch 40 Minuten, oh, das ist eine Qual, das ist eine Qual, Ablenkung, Ablenkung. Okay, hier wieder, fuck him, fuck him, rogue, rogue, hey, let's use these, all these I'm going to try and do, I'm going to try and do, I'm going to try and do, I'm going I'm going to try and do, 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 ich habe einen gehoofed, aber naja. Alter. Okay, let's go. Just go top right, top right. With Genji, you can go by yourself and die. I'm lower. Give a shit. Wie kann ich den nicht gucken? Great. Alter, wirklich. Leider, bitte. Das läuft nicht gut, das läuft überhaupt nicht gut. Da, Schloch. Okay, 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 okay. Da. Da. Gibt es da nicht. Ich treffe nichts. Nein! Boah dieser Freeze! Was macht der? Er repariert etwas? Hm ja wie geht das? Oh man! Na ja! Es ist machbar aber... Ich habe relativ wenig Hoffnung. Ich habe auch nichts getroffen in Roadhog. Einfach gar nichts. Wenn wir zum Beispiel Prey aufnehmen würde ich wahrscheinlich einschlafen. Und zwar innerhalb der ersten 20 Minuten. Ich brauche Nahrung. Ich brauche einfach irgendwie Zucker und... Ja. Einfach den Blutzucker hochtreiben. Okay. Tronix. Obermaus. Obermaus. Auch ein cooler Name. Schau mal. Na schauen wir mal. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Haha! Es geht doch nichts über einen guten Kampf! Okay. Er ist wahrscheinlich eingepennt. Ich will da auch klettern. 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Oh schade. Ja. Ja. Ich traf da natürlich niemanden. Ja. 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 Ich komm nicht dazu. Kann man vergessen Leute. Das ist vorbei. Das ist verloren. Das ist sowas von verloren das Spiel. Schade. Geh mal die Rufe und schnapp euch den Punkt. Ne, wir haben keinen unentschieden drauf nehmen können. Glaube ich nicht. Wirds gleich frostig. Ja cool, danke Vinyl. Zu viel Scham. Ne. Immerhin ist das Spiel schnell vorbei. Ähm, ja. Oh Gott Leute. Ist traurig. Aber. Manchmal verliert man halt. Nein, ich tu niemanden anerkennen. Außer vielleicht den Threadnought. So. War's. Diesmal eine kürzere Folge. Ich muss leider ein bisschen die Folgen hier rausbringen. Ähm. Ja. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Relativ kurz. Aber 15 Minuten ist auch nur 5 Minuten kürzer als normal. Manchmal länger, manchmal kürzer. Ihr kennt das ja. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Eher kürzer Gower. Tschüss. ... Wsels. Scheisse Covid-19